Liebe Studierende, willkommen zur fünften Videoübung des Semesters mit dem Thema Generator. Tatsächlich mit dieser Übung können wir anschauen und auch verstehen, wie ein Generator tatsächlich funktioniert und nützlich sein kann, um Spannungen zu erzeugen. Und in diesem Fall handelt es sich sogar um eine Wechselspannung. Das Thema haben wir auch schon zum Teil in der Vorlesung behandelt. Die physikalische Situation ist wie folgt. Man hat eine Spule. Diese Spule besteht aus N rechteckigen Windungen, also die Windungssaal der Spule ist bekannt und auch bekannt ist der Widerstand der Spule selber, sowie die geometrische Dimensionen der rechteckigen Spule. Es gibt eine Kante der Länge A und eine Seite der Länge B. Wir wissen auch, dass diese Spule dreht sich um ihre Achse mit einer Kreisfrequenz W. und alles in einem äusseren Magnetfeld B, das auch bekannt ist. Das Magnetfeld ist homogen und konstant. Was bedeutet das? Das Magnetfeld ist überall, d.h. örtlich konstant und immer gleich groß und ist auch zeitunabhängig. Wenn jetzt so eine Spule in einem äusseren Magnetfeld sich dreht, so eine Situation verursacht eine zeitliche Änderung des magnetischen Flusses. Wieso? Wie kommt das so etwas zustande? Das können wir Schritt bei Schritt jetzt verstehen und wir sollen vielleicht erstens realisieren und berücksichtigen, dass so eine Spule, so eine rechteckige Spule, definiert auch eine Fläche. Ich skizziere jetzt hier auf der Seite diese Fläche nochmals. A und B, so A mal B, definiert meine Fläche A. Und wir wissen, dass diese Fläche von einem geometrischen Standpunkt aus ist immer mit einem flächennormalen Vektor A charakterisiert. Der flächennormalen Vektor steht senkrecht zur Fläche und sozusagen definiert die Orientierung der Fläche im Raum. Wenn jetzt eine solche Fläche in einem äusseren Magnetfeld sich befindet, bedeutet das auch, dass die Feldlinien des magnetischen Feldes diese Fläche durchsetzen können. Da aber meine Fläche als Funktion der Zeit um diese Achse sich dreht, dann ändert sich auch als Funktion der Zeit die effektive Fläche, die die Feldlinien durchsetzen können. Jetzt bei der Zeit t gleich 0, also die Anfangssituation ist so, dass Flächen normalen Vektor und äusseres Feld liegen parallel zueinander. Das heisst, die Feldlinien des magnetischen Feldes stehen bei der Zeit t gleich 0 senkrecht zur Fläche selber. Wenn aber jetzt eine Drehung um diese Achse der Fläche eingerahmt bei der rechteckigen Spule stattfindet, dann haben wir auch eine zeitliche Änderung des Flusses. Zuerst definieren wir nochmals den magnetischen Fluss. Der magnetische Fluss allgemein ist gegeben durch Skalarprodukt der Fläche, eben als Vektor definiert, Skalarprodukt äusseres Magnetfeld. Und übrigens, diese Definition des magnetischen Flusses ist immer für Windungszahl gleich 1. Das werden wir dann später berücksichtigen. Jetzt eine zeitliche Änderung des Flusses, das heisst eine zeitliche Änderung der Zahl der Feldlinien, die eine Fläche durchsetzen, lässt sich erzeugen, entweder durch eine zeitliche Änderung des Feldes selber, eine zeitliche Änderung der Fläche oder eine Kombination von beidem. In unserem Fall wissen wir, dass das Feld konstant ist als Funktion der Zeit, aber die Fläche ändert sich als Funktion der Zeit als Folge der Drehung längs diese Achse. Und zwar a mal b mal dann Cosinus der Kreisfrequenz mal der Zeit t. So, wegen der zeitlichen Abhängigkeit der Fläche haben wir dann eine zeitliche Abhängigkeit des Flusses. Und aus dem Induktionsgesetz, das führt zu einer induzierten Spannung. Für die Berechnung der induzierten Spannung müssen wir aber zusätzlich denken, dass wir nicht nur eine einzelne Fläche haben, aber wir haben n mal diese Fläche, weil wir haben in dieser Spule n Windungen. Sodann die induzierte Spannung ist minus n mal die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses. So, aus einer sogenannten zeitlichen Variation, das ist die Bedeutung der Ableitung des magnetischen Flusses, erzeugt man eine induzierte Spannung. Das Minusvorzeichen kommt aus der Lenz'sche Regel. Tatsächlich, die physikalische Bedeutung ist, dass eine Spule versucht sich zu wehren, dass in sich selbst eine Änderung des magnetischen Flusses stattfindet. Eigentlich für den Rest der Übung diese Vorzeichenkonvention ist nicht mehr so wichtig. Wir können auf diese eigentlich verzichten und nur die induzierte Spannung als Betrag betrachten. Trotzdem, mit den Minusvorzeichen erfüllen wir die Lenz'sche Regel und gleichzeitig definieren wir auch korrekt die Polarität der induzierten Spannung. So, in diesem spezifischen Fall, wenn ich dann alles berücksichtige, habe ich dann folgende Situation. Da habe ich dann A mal B mal Frequenz mal äußeres Feld mal die Anzahl der Windungen und dann dazu noch Sinus von W mal T. So, wir sehen, dass die induzierte Spannung eigentlich eine Schwingung ist. Und in diesem Fall handelt es sich hauptsächlich um eine Wechselspannung. Wir können jetzt mit dieser Rechnung und mit diesem Ergebnis können wir jetzt berechnen, mit welcher Leistung wird die Spule betrieben. Ich möchte ihr erinnern, dass die Momentanleistung allgemein definiert ist als Variation der Energie, erzeugt in dieser physikalischen Situation in einem Zeitintervall dt. Das heisst, allgemein ist gegeben durch Produkt von Spannung mal Strom. Jetzt in unserem Fall, die Spannung hier ist die induzierte Spannung und Strom ist der induzierte Strom, den wir aus dem Ohmsche Gesetz berechnen können. Das heisst, allgemein definiert die Momentanleistung ist U in Quadrat geteilt durch R. Und das führt dann zur folgenden Formel. A mal B mal Frequenz mal Magnetfeld mal Anzahl Windungen. Das Ganze eben im Quadrat geteilt durch R als Widerstand mal dann Sinus im Quadrat der Kreisfrequenz mal die Zeit. Die Frage C fragt, welche Arbeit wird pro Umdrehung geleistet? Wir können immer noch von dieser Definition starten, aber wir können eigentlich die Momentanleistung in einem bestimmten Zeitintervall integrieren, um tatsächlich die gesamte Arbeit zu berechnen. Und als Zeitintervall betrachtet man hier die Zeit für eine Umdrehung, nämlich über eine volle Periode für die Drehung der Spule. Da die Kreisfrequenz bekannt ist, ist auch die Periode bekannt. Und aus der Integration, wenn Sie dann die Rechnungen mit Geduld und brav durchführen, erreichen Sie als totale geleistete Arbeit Pi mal die Frequenz geteilt durch Widerstand. Und das Ganze multipliziert A mal B mal Feld B mal Anzahl Windungen im Quadrat. Mit dieser Übung hatten wir die Gelegenheit, die Idee oder das Konzept des magnetischen Flusses zu rekapitulieren. Und wir haben uns tatsächlich überzeugt von der Tatsache, dass aus einer zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses entsteht dann eine induzierte Spannung. Diese zeitliche Änderung kann allgemein durch eine zeitliche Änderung vom Feld oder von Fläche oder von einer Kombination von beiden. In unserem Fall, Feld war überall homogen und konstant als Funktion der Zeit. Die einzige Möglichkeit, eine zeitliche Änderung des Flusses zu erzeugen, war durch eine Drehung der Spule mit Entwindungen im äußeren Magnetfeld selber mit dieser Kreisfrequenz. Schlussendlich, was wir hier diskutiert haben, ist das Prinzip des Generators, aber ist eigentlich die Situation, die Sie vielleicht sogar täglich erleben. Das ist nicht anders als eine Dynamo bei der Velu. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.